und jetzt mit dem guten schiffchen überplaced ohne irgendwo kaputt zu gehen geht 0 1 zu conny zurück jetzt sind wir viel schneller wieder bei der conny starten mit der landen mit der erstmal die andere mission die mache ich dann jetzt nicht mehr wären eh nur 3000 gewesen aber für den zeitaufwand den ich jetzt dafür noch bräuchte lohnt sich das nicht wirklich also was ist denn das immer warum geht man da kaputt okay dann sparen wir uns deshalb einfach was zum teufel das stimmt irgendwas nicht